Haben auch Sie in letzter Zeit Stress und fällt Ihnen die Arbeit schwer? Oder möchten Sie einfach mal wieder raus aus dem Alltag? Dann wird es allerhöchste Zeit für Ihre nächste Therapiestunde im Theater Brettle-Plüderhausen. Am besten bei unserem neuen Stück, der Neurosen-Kavalier. Aber seien Sie pünktlich. Da sind Sie ja! Äh, ja, tatsächlich, da bin ich ja. Und finden Sie heraus, was passiert, wenn ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb zum falschen Zeitpunkt in ein psychologisches Institut marschiert, wo man gerade auf eine Vertretung wartet? Sie sind die Vertretung und ich bin die Vertretung. Das Problem ist nur, wir brauchen hier nur einen Vertreter. Wird er wohl zu jeder Situation die richtigen Worte finden? Ja, vielleicht, vielleicht schaffen Sie zu viel. Sie sollten mal eine Pause einlegen. Ja, sich einfach zurücklehnen und was ganz anderes machen. Hallo? 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 Mit wem, mit wem hab ich denn das Vergnügen? Ja, Maiwald. Kommissar Maiwald. Herr Kommissar, wollen Sie hier vielleicht jemanden verhaften? Verhaften? Ja, den Weihnachtsmann vom Horti. Ja, haben auch Sie Lust auf mehr bekommen? Und möchten Sie wissen, wie das Stück ausgeht? Dann gehen Sie doch direkt auf theaterbretle.de und bestellen sich Ihre Tickets für die nächste Vorstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Theater Brettle Püderhausen. Bis bald!